...Kasal aus der Usambara von Freikavitol, Katraco, Palette 2, Sakramente Fond. Züchtungbesitzer ist die Zuchtgemeinschaft Martin und Stefan Zuber aus Wesselburen. Am 25. März geboren aus dem Stamm 18A2, Kasal, Freikavitol, 114. Züchtungbesitzer ist die Zuchtgemeinschaft Martin und Stefan Zuchtgemeinschaft Martin und Stefan Zuchtgemeinschaft Martin. Zuchtgemeinschaft Martin und Stefan Zuchtgemeinschaft Martin und Stefan Zuchtgemeinschaft Martin. Zuchtgemeinschaft Martin und Stefan Zuchtgemeinschaft Martin und Stefan Zuchtgemeinschaft Martin. Zuchtgemeinschaft Martin und Stefan Zuchtgemeinschaft Martin und Stefan Zuchtgemeinschaft Martin Untertitelung des ZDF, 2020